Mal gucken, ob man dann immer noch dunklen Ecken sieht, in den dunklen Ecken reinsehen kann. Ja, okay, so kann man es lassen. Dann ist es auch nicht so brutal hell. In einzelnen Räumen, aber ich muss gucken, wo ich was machen kann. Und ich sehe auch keinen Hinweis auf irgendwas. Und diese komische Musik im Hintergrund, diese Geräusche, so gruselig. Es muss doch irgendwas geben. Da habe ich ja... Ach, ich habe ja noch alles... Okay, das könnte hilfreich sein. Bei der Zaangi. Okay. Okay. So ist es so awesome. So. Okay. 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 Ach, jetzt! Jetzt! Kann doch nicht so schwer sein. Aber, bevor ich jetzt weitergehe, ich gucke noch einmal hinten im Raum. Ob ich vielleicht irgendwas noch mitnehmen kann, was mir helfen könnte. So, brauche ich nicht mehr. Weg! Aber das ist immer noch so hell. Die Kabel habe ich gar nicht gesehen. Okay. So. So. So, ich habe Angst. Okay. Gott, Indie. Wow. Was ist das für eine Scheiße? Shit. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ach du ahnst es nicht. Was war denn das jetzt? Irgendwas habe ich doch. Ah. Okay. Ich gehe aber jetzt erst mal hier hinein. Irgendwas? Was ist das? Okay. Wo ist zum Henker die Reisetasche? Das ist nichts. Hm. Heiliger Pinbaum mindestens in den Keller. Nein. Ich will mich hier unter der Treppe verstecken. Ach da kann ich nicht rein, okay? Ich will einfach... Ja. Okay. Nee. Das ist jetzt draußen. Oh yeah. Ist da eingelegt? Nein, ne? Nee. Natürlich nicht. Oh Gott. Oh Laminat. Oh Gott. Diese Haare haben wir hier. Was ist denn das? Äh, hallo? Das ist was ich achten. Sie ist tot. Ach du Scheiße. Oh. Gott, oh mein Gott, furchtbar Okay, ich habe endlich eine Taschenlampe Okay, F, F, F Dieses Horrorhaus Nein, oha Es ist ein Horrorhaus Oh, ein Bad Gibt es hier irgendwas? Okay, ich befürchte Ich muss raus In die Dunkelheit Scheiße Ist doch ein Riesenteil Ein Riesenhaus Aber was zum Hänger ist hier passiert? Oh mein Gott Okay, Shift Okay Da komm ich mit rein Komm ich nicht rein Oh Gott Und dass ich irgendwas übersehe Ich möchte nichts übersehen Okay Container Wow, wie geil ist die Wolke hier ja bitte gemacht Das ist mega Was ist das? Okay, da kann ich Net rein Oh, Shit Ein Riesengebäudekomplex ist das? Das sind mehrere Wohnungen, so wie ich das sehe Oh Gott Wie weit kann ich gehen? Gibt es da eine imaginäre Grenze? Oh, ein Zaun, okay 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 Okay, die Taschklampe bringt mir wirklich was und das Licht ist ein bisschen hell Kann ich vielleicht Hier irgendwas Was ist das Okay 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 Aufgehen Shit 13 July 2001 Subject Final reminder letter Dear Mr. Hopkin This is to inform you that according to our records as of 12 July 2001 we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Daredrew Construction Stores on 7 June of this year Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter Should you choose to ignore this appeal we will be passing this matter to a collection company which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility Note you will not receive any more reminder letters from us Yours sincerely Anna Catwell Account Manager Daredrew Constructions Limited Okay No Manu No Manu Sie haben wohl nicht bezahlt Wir konnten nicht mehr bezahlen kein Plan Ich bin schon Schütti Nee ne Da kann ich nichts aufmachen da ist nur eine Trier Oh mein Gott Okay Bla 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 Aber bevor ich da reingehe Möchte ich mich hier draußen auch schnell einmal umschauen Gibt's hier mit Ah ja Die Taschenlampe Leuchtet sehr merkwürdig Aber sie leuchtet Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben ja die Taschenlampe Dann ist das nicht so schlimm Gott Aber irgendwie muss ich doch da komplett rauskommen Könnte ich da irgendwas aufheben Oder Hinweise Dass irgendwas Ah Ja Ich glaube Ich sehe Licht am Ende des Tunnels Um Matratze Aber ich gehe erstmal noch in den anderen Raum Bevor ich da irgendwie versuche reinzukommen Ich glaube Geht da was Nee ne Ähm Ach ich glaube ich muss eine Sicherung finden Aber wo Ach du Scheiße Kann ich da irgendwas überhaupt finden Hm Ach nee das geht ja Die sind ja noch in allen geschlossenen Sachen Glaub ich Brutal Hm Okay Muss wohl oder übel Ich habe schon da Ich habe schon wieder geprünt Was ist das Ich habe schon wieder geprünt Weil ich gehe Ich habe schon wieder geprünt Ach du Scheiße. Ah, das ist die besagte Reisetasche. So, was war denn da noch mal? Irgendwas. Ah, Crowbar. Hm. Scheiße. So, was war denn da noch mal? Ich hab keinen Plan. Ähm. Ne, das war's nicht. Kann ich denn das hinmachen? Ja? Ah, Sicherungskasten. Oben. Also wieder zurück. Oh Gott. Shit. Was für eine Scheiße. Oh Gott. So, ich musste mich jetzt mal beeilen. Oh. Oh, okay. Oh Gott. So, ich muss mich noch mal her, was ich werde. Ich bin jetzt nicht noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du hast dich und schlafen. Oh Gott. first turn on the rcd switch the smallest one and then the rest of them okay alles klar ich laufe sieht das dann okay die grafik ist relativ stabil das ist gut nein so kann ich jetzt noch irgendwas nehmen in den kleinen beschissenen ecken kann ich hier mal irgendwas okay mehr kann ich hier nicht rausnehmen ok muss ich jetzt allen ernstlich wieder zurück was für ein scheiß was für ein kabbis hier irgendwas machen oh gott da ist nichts drin was ich könnte gebrauchen bad da ist nichts drin oder? ne ich kann damit räumen super es muss doch irgendwie weiter gehen aber wie, wo, was? kein plan kann ich in das haus da hinten rein? ich muss irgendwie ein weiteres schlüssel dran kommen und irgendwie weitere türen aufmachen ich hab grad keinen plan ich hab grad keinen plan hm wie geht's denn da jetzt weiter? weg hm muss ich jetzt erst echt zurück oder was? ne ich kann ja nicht zurück ne es geht ja gerade zurück aber irgendwo muss ich da jetzt irgendwas muss ich doch hier bewegen können hm Taschenlampe hm hm geht gar nichts mehr zurück oder? hm 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 war der griff nicht eben anders wo finde ich denn hier einen blöden schlüssel? hm hm ah Was ist das? Nix. Das ist auch nix. Ich kann noch nix übersehen haben, oder? Oh Gott. Das stimmt. Tut gibt es nicht.